Wenn Sie vor dem Lotto-Studio in Saarbrücken zwei Herrschaften mit Alu-Aktenkoffer sehen, dann kann das eigentlich nur eins bedeuten. Es wird wieder Zeit für Lotto. Hallo und herzlich willkommen zur Live-Ziehung im Samstags-Lotto. Tja, und in solchen Alu-Koffern sind nämlich die Lotto-Kugeln untergebracht. Selbstverständlich sind die Kugeln, genau wie unsere Ziehungsgeräte, bereits von unserer Aufsichtsbeamtin und dem Ziehungsteam ordnungsgemäß überprüft worden. Es ist alles Paletti. Wir starten sofort mit der Ziehung 6 aus 49. Los geht's. Viel Glück. Ich wollte Ihnen heute ein bisschen was über die geheimnisvollen Alu-Koffer erzählen. Die sind nämlich normalerweise versiegelt, befinden sich in einem Tresor und dürfen nur zur Ziehung raus. Wir schauen auf die erste Glückszahl des Abends. Hier kommt die 24. Die Aufsichtsbeamtin und die Ziehungsleiterin öffnen den Tresor, nehmen sich die versiegelten Koffer und bringen diese dann zu mir ins Lotto-Studio. Und zu mir kommt die zweite Lotto-Zahl. 15. Dann wird erstmal ein Öffnungsprotokoll geschrieben und erst danach darf der Ziehungsassistent die Lotto-Kugeln ins Gerät einsetzen. Auch dafür gibt es ganz strikte Regeln. Doch erst gibt es die dritte Lotto-Zahl. In der Ziehungsordnung steht, dass zuerst oben links die 1 eingesetzt werden muss und dann alle weiteren Zahlen in aufsteigender Reihenfolge. So sind die Regeln. Und hier unsere vierte Glückszahl. 12. Tatsächlich ist sogar mal eine Kugel während der Ziehung kaputt gegangen. Da mussten dann die Ersatzkugeln ran. Bei uns läuft heute alles glatt bisher. Genauso problemlos rollt die vorletzte Lotto-Zahl ins Röhrchen. 19. Und wenn wir proben für unsere Live-Ziehung, dann nehmen wir nicht die originalen Lotto-Kugeln, sondern dafür gibt es einen extra Probekugelsatz. Und hier die letzte Glückszahl. Die 9. Unser Ziehungsgerät hat diese 6 Zahlen zu Gewinnzahlen gekürt. Und unser zweites Ziehungsgerät. Da sind jetzt 10 Superzahlanwärter drin, die auf ihren Einsatz warten. Mit welcher Superzahl können Sie heute unsere 9 Millionen Euro Jackpot knacken? Die Antwort gibt es sofort. Ziehung frei. Insgesamt haben wir 33 Millionen Euro in der Ausspielung. Und da kommt die aktuelle Superzahl 5. So, schnell werden die Lotto-Zahlen nochmal in die richtige Reihenfolge sortiert. Hier kommen Sie. 6 aus 49. 9, 12, 15, 19, 24, 38. Mit der Superzahl 5. Und selbstverständlich gibt es jetzt die Zahlen unserer Zusatzhörterin. Spiel 77 und Super 6. Die ermitteln wir immer im Vorfeld zur Live-Ziehung. Spiel 77, 9, 0, 1, 9, 3, 4, 0, Super 6, 1, 4, 2, 5, 2, 7. Das war es auch schon wieder. Jetzt kommen unsere Lotto-Kugeln wieder in den silbernen, geheimnisvollen, schaumstoffgepolsterten Alu-Koffer. Wieder in den Tresor und werden das nächste Mal rausgeholt zur nächsten Live-Ziehung. Die gibt es am Mittwoch, 18.25. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Alle Gewinnzahlen, alle Quoten und auch diese Ziehungssendung finden Sie wie gewohnt auf lotto.de. Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Tschüss und bis dahin.